Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Maximilian Kiefer beendete das Turnier in Kuala Lumpur auf dem 5. Platzurheber recht geht die Images Lange Zeit spielt Maximilian Kiefer beim Turnier in Kuala Lumpur um den Sieg mit Erst in der Schlussrunde platzt er und wird am Ende guter Fünfter Untertitelung des ZDF für funk, 2017